also drei von drei machen wir jetzt also pass auf jetzt habe ich langsam durchdrungen ich muss ehrlich sagen ich war total verwirrt ich habe es auch als kommentar gerade noch mal gelesen also vielen dank ja du musst in eine neue runde springen um die neuen phasen zu bekommen sonst steht da warte auf anweisung seht ihr habe ich jetzt gehabt das war die 1 jetzt kommt die zwei zerstörer ein auto oder ein truck um elektroteile zu sammeln ich bin jetzt hier auf dem weg zu irgendwas ja ich denke mal das wird jetzt einfach hier irgendein fahrzeug sein das wollen wir gleich mal ausprobieren aber ja ehrlicherweise ich war etwas verwirrt ich hoffe ihr verzeiht mir das noch mal in dem ersten teil also jede jeder teil so ich zerstöre das jetzt hier das jetzt kaputt hier oder nicht los es ist noch nicht so richtig viel von abgegangen oder sehe ich das falsch oder muss das ganz kaputt ich laufe jetzt mal ganz schnell weg das habe ich da jetzt elektroteile rausgeguckt auch hier elektroteile aufsammeln habe ich gemacht okay das war aber erst ein als brennt natürlich wie sauer aber hier seht ihr da ist noch eins ich will jetzt nicht gleich sterben ach es ist doch wieder hier meine ungeduld es ist doch wieder klar und hier ist das nächste das sammeln ich jetzt auch ein das haben wir auch geschafft das war die zwei von drei und jetzt geht es weiter gucken wir mal ganz kurz jetzt kommt die phase drei von drei jetzt sollen wir den quatsch hier irgendwo platzieren und zwar geht es jetzt hier in diese richtung ich will mal gucken ganz kurz hier hinten habe ich noch sowas gefunden das nehme ich auch mit also war klar jetzt halt wie das ging ich brauchte nur das ding kaputt machen irgendwie könnte auch mit einer waffe machen aber ich war ja wieder ungeblich guck mal hier da kommen wir nämlich gut raus die elektroteile hast du bekommen wie gesagt wenn du ein schack oder ein auto kaputt gemacht hast ich habe es mit der spitzhacke wie gesagt ich war ungeduldig zack 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 aber ihr könnt es auch anders zerstören mit einer waffe kaputt schießen wichtig ist dass es explodiert weil dann haben wir gleich drei teile gehabt also das kannst du auf einmal durchziehen und jetzt müssen wir in dieser phase 3 dieser aufgabe es ist doch viel zu krass jetzt müssen wir diesen ganzen quatsch irgendwo ich nehme immer mal nur eine waffe zur sicherheit mit platzieren und ihr seht ich rutsche jetzt hier schon in richtung des points einmal hier hin und jetzt wird das platziert und jetzt wird es platziert und platziert das waren jetzt die drei teile wahrscheinlich für diese situation und an die vielen computer kam auch noch mit drauf das war jetzt phase 3 von 3 ich habe jetzt alles platziert warte auf weitere anweisungen das wäre jetzt das nächste ich müsste also wieder raus aus dieser situation um dann was macht der jetzt hier um dann ja wieder die neben den nächsten quatsch irgendwie mitnehmen zu können es ist einfach es ist einfach viel zu verrückt hier das ganze oder aber spannend dass es mal anders ist also das war es jetzt das waren die drei phasen in teil drei kannst du ja quasi also in der phase drei relativ einfach warte auf anweisung das kam im bus dann zerstöre das auto für die elektroteile und dann haben wir den ganzen quatsch da irgendwie positioniert und hingebaut jetzt habe ich auch nicht aufgepasst so sieht es aus also ihr wisst bescheid ganz witzige sache hier sind wir hier noch mit dem politiker jetzt jetzt habe ich aber reingeschissen also ihr wisst bescheid viel spaß noch bis dann tschau tschau